Moin, ich bin Stübi, der neue Stadionsprecher und morgen geht's los. Ich habe richtig Bock, bin auch schon aufgeregt. Hier finden jetzt gerade noch ein paar Proben statt und dann hauen wir morgen zusammen rein. Test Test 1212, das sind die Proben, unsere Generalprobe. Morgen geht's für uns los. Ich bin Christina Rann, die neue Stadionsprecherin des HSV an der Seite von Stübi. Wir proben heute noch ein kleines bisschen und morgen, da freue ich mich vor allen Dingen auf euch. Könnt ihr mir beide noch mal die Neuzugänge geben? Christina, ich brauche bitte noch mal die Nummer 3. Ah ja, das hört sich aber gut an. Moin HSV-Fans. Musik Musik